Musik 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 Bei uns in der Lingeria Macchiato finden Frauentipps und Tricks und gute Beratung zu den alltäglichen Bedürfnissen, was Unterwäsche betrifft. Dazu, damit es möglichst entspannt und angenehm auch über die Bühne geht, gibt es das Tessier Café. Deswegen auch der Name, Lingeria für die Unterwäsche und Macchiato für das Tessier Café. Musik Musik Es gibt gewisse Situationen, die wir Frauen alle kennen. Eben ein schönes Neckholderkleid und man sieht den Träger, irgendein spezielles Outfit. Ich habe früher getanzt, ich war Tänzerin und bin deswegen sehr oft vor solchen Situationen gestanden, dass ich irgendwas anziehen möchte und nicht die Wäsche dazu finde. Und ich habe die Suche gemacht in verschiedenen Geschäften, aber war eigentlich nie das Richtige gefunden. Und habe deswegen festgestellt, ich möchte das einfach jetzt selber anbieten. Musik Eine Kundin kommt zum Beispiel rein und geht zum Oktoberfest. Das heißt, sie wird ein Dirndo tragen. Dazu braucht man einen speziellen BH, den haben wir. Schön breiten und tiefen Dekolleté, damit das gut präsentiert. Oder man geht am Abend aus, macht man ja vielleicht mal ganz gern mit einem tieferen Rückenausschnitt oder dass man die Schulter dabei zeigt. Und dafür haben wir auch spezielle Lösungen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir Teile vom BH durch Schmuck ersetzen oder Klebelösungen anbieten, die den Rücken wirklich komplett freilassen. Also ich versuche auch wirklich kreative Lösungen zu finden. Meistens eigentlich, wenn die Kunde mit dem speziellen Anliegen kommt, finden wir einen sehr guten Weg, um das Outfit auch richtig gut dann zu präsentieren. Musik Unsere Kundinnen kommen einfach sehr gern zu uns, weil es immer irgendwo gemütlich ist. Es ist ein entspanntes Einkaufen, man kann mitnehmen, was man möchte und es ist immer irgendwo ein bisschen was los. Musik Das ist das, was wirklich unsere Kundinnen normalerweise schätzen. Musik Musik Klappe Klappe Musik Beispiel Ich glaube Ich bin nämlich hier drachten, sie haben schon viel un tribe Musik àn Ja, aber was hat man gesagt, wenn nicht? Ich dachte mir, das ist dann hier auch. Das Leber, das Lachen, das Leber, so. Das ist so, ha, ha, ha. Ist doch wurscht. Ich dachte, es ist ja nicht schrecklich. Nein, nein, nein. Wirklich?